Das haben wir alle wie ein Freier immer gemacht geführt. Es ist auch fast wie ein Krieg, so wie ich muss laufen mit dem Rucksack. Oh Mann, ich bin so müde vom Ganzen. Hast du auch viel müssen laufen in dem Krieg mit dem Rucksack? Das ganze Vermögen ein bisschen. Das ganze Vermögen, das haben wir ja vier Jahre in der Armee. Vier Jahre lang, aber es war mega im Bugel. Immer exerzieren. Was war das für ein Regiment? Wir hatten einen, der in der Armee eingegangen hat. Die Armee, drei Wochen darauf, als ich nicht mehr kannte. Ich hatte einen Armee eingegangen. Durch trainiert. Ich habe verschwunden. Ich genügt die Ferse. Aber in Auschwitz musst du auch trainieren? Ja, das ist ein Unterschied. Also nicht exerzieren. Und die, die gefolgt haben, sag ich dir nochmal. Ja. Die sind nicht auf Auschwitz. Die, die gegangen, wenn du gegen das Wasser schwimmst, versuchst. Die, die pariert haben. Ja. Warum? Was wollen wir gegen einen Staat machen? Ja. Ja. Eine dumme Sache. Dann ist man erschossen worden, oder? Ja. Ja. Wenn du dich da ohne pariert hast, kommst du schon ins Käfig. Ja. Ja. Das ist ein System, oder? Ja. Das ist einfach, wie wir heute gesehen. Weisst du, was haben sie gemacht? Was haben sie gemacht? In Müsland, in der Kolonien. Ja. Nach Lüsinger. Ja. Das sind alles in Auschwitz. Ja. Was haben sie gemacht? Ja. Da hat es keiner wahrgenommen. Weisst du, was ich gemacht habe? Mit den Bäumen. Mit den schwarzen Bäumen. Ja. Ein Loch da drin. Die Leckerhundehäuser. Mit zwei Bachsteine zusammengeschlagen. Ja. Das haben sie ausgemacht. Ja, ja. In der Alcherei. Ja. Streurig verzogen. Die Bäume, die sie mitgemacht haben. Ja. In der Alcherei sind auch Menschen gewesen, oder nicht? In der Alcherei sind auch Menschen gewesen. So haben sie sich geholfen. Ja. Ein Loch im Stuhl. Das haben wir geschlagen. Manche hat das gut gemacht. Ja. Siehst? Das ist auch schlimm, ja. Ja. Und da sind jetzt die Leckerhäuser gewesen. Was? Ja. Das haben sie ausgemacht. Ja, ja. Und das gemacht haben. Und jetzt auch. Weisst du, was die machen in Libyen? Die schießen mit... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wie heißt das? Uranmunition. Und diese Uranmunition, das macht Staub, Uranstaub. Und die Kinder werden geboren ohne Beine, ohne Arme. Ja, ja, ja. Es ist fürchterlich. Es sind wirklich... Wirklich... Wirklich so Kriegsverbrecher sind das. Ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Sind sie zuerst an die Juli gegangen, ja, ja. And die was, gange. Na, ich- das ist ja Witz. Ja, ja, ich verstehe ja. Sind sie zuerst an die Juli, Frauen? An die jungen Mädeln gegangen? Ja. Da haben sie gesagt, wir verstehen es von der Junge und von der Müde, aber als man die Grossmutter noch missbrüchte. Da hat die Grossmutter gesagt, sie habe für alle gekriegt. Die Grossmutter hat sie alle gekriegt. Das hast du doch verstanden. Auf einem alten Velo muss man lernen, oder? Ja. So ist das. Das ist für alle gekriegt. André, ich gehe weiter. Also tschüss. Hallo. Danke für den Wein. Eine glückliche Reise. Ja, danke. Vielleicht komme ich noch mal irgendwann vorbei. Tschau, André. Vielleicht wärst du noch mal 100. Hä? Vielleicht wärst du mal 100 Jahre. Ja, was? Hast du noch Lust? Der Todestag ist bestimmt, wenn du auf die Welt kommst. Meinst du, ja? Und wenn du das nicht glaubst, bist du nicht. Hä? Ja. Der Todestag ist bestimmt, wenn du auf die Welt kommst. Ja. Und das muss man glauben. Ja. Und da, wo das nicht glaubt. Die Kassel hat nach fünf Metern Läufe gekriegt und bist kaputt. Das ist die Tage, das hast du eine Stunde gesehen. Ja, ja. Und da kam der Papst und der Bischof von allen und nutzt alles. Der nächste Präsident muss auch sterben. Und du meinst, die Kinder, die in Auschwitz gestorben sind, die sind auch, war bestimmt, dass die sterben müssen? Ich sag dir, der, der nicht gegen den Strom geschwommen hat. Ja. Der, der pariert hat, ist nicht auf Auschwitz gekommen. Es sind nur die auf Auschwitz gekommen, die gegen das Regime gesehen sind. Ja, okay. Ja, ja. Und wo macht man es jeden anderen ins Käfig? Ja. Ja. Und in Auschwitz sind nicht alle gestorben. Ja. Es sind auch wieder Rüsen gekommen. Das ist ein grosses Käfig gewesen. Aber die Kinder, die haben da nicht gegen den Strom geschwommen, oder? Ja. Ja. Ja, weisst du was? Aber die älteren, gell? Ja. Ja. Ja, ich weiss. Aber es ist schlimm, all die Kriege. Ich kämpfe gegen all die Kriege. Ich war im Krieg, jetzt muss man aufhören. Los. Einer ist das so, der andere ist das so. Ja, 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 ja. So kannst du nicht machen, oder? Hast du nochmal... Ich wollte nicht, dass ich 10 oder 20 Jahre jünger war. Nein. Wir haben ja unser Ding gemacht. Wir haben ja genügend nachgekommen. Und dann nimmst du ja nicht mit. Was will? Nichts. Will ich voll saufen? Nur die Erinnerung vielleicht, oder? Hä? Die Erinnerung nimmt man mit, vielleicht, was man erlebt hat im Leben. Ja. Mensch, Mensch, Mensch. Und du hast mal Alptraume vom Ganzen? Hä? Alptraume, Alpträume? Ja, Mann. Mensch. Was wird da? Ich habe niemals Alptraume vom Krieg gehabt. Niemals. Ja, ja. Mensch. Und wir haben noch das Glück, dass wir beieinander sind. Ja. Und dann haben wir noch eine gute Kirche. Ja. Mami. Mami. Mami ist schon 87. Die Frau ist 87. Ja, schon 87. Zeig doch mal die Narbe, André. Hä? Zeig doch mal die Narbe. Da, seht ihr's? Ja. Von der Ostfront. Und da hinten ist ein Schiessort. Ja. Ja. Da ist ein Granatsblätter rein. Ja. Und da ist ein Riesen. Ja. Und ich bin noch da. Noch da, ja. Ich bin noch da. Ja, ja. Ich bin 19, 20 Jahre alt gewesen. Und wegen der Narbe hast du nicht mehr auf die Ostfront gehen. Ja. Und jetzt hast du auch gesagt, du hast eine Rende. Ja, ja. Eine Rende. Ja. Eine Scheisse. Ja, ja. Also nicht. Und dann bist du... Und dann bist du... Und weißt du, wenn ich da verwetzt darf? Sprung auf, machst du gegen die Drüse. Und wenn ich aufgestanden bin, Sack, dann bin ich fechtlein. Von der Explosion, hast du noch die Explosion gehört? Ohne Runde drauf, hat's gequatscht in der Stiefel. Blut, da ist ein Blut gestanden. Ja. Ohne... Die eigene Blut? Hä? Eigenes Blut? Ja, ja. Auf den Wurrshäusern. Und... Da bin ich gegangen, gegen eine Rollbahn, gegen eine Strasse. Und da ist ein deutscher Offizier mit einem Kampfwagen, und ein Chauffeur. Das ist gestanden. Und ich bin auf den Bord rauf. Und habe mich gehabt am Schutzblatt, am Spähwagen. Ja. Und da hat der Offizier mich bescheuert. Und er hat gesagt zum Chauffeur, fahren Sie den Mann zurück. Das ist doch ein anständiger Mensch zu sehen. Wer weiss, ob er noch gelebt hat. Und der Chauffeur... Wenn aber der Chauffeur... sitzt und er... auf eine Rollbahn, wo er alles drauf geschossen hat. Ich bin durchgekommen. Und bin auf die Miluise ins Lazaretten gekommen. Aus Rüsselern? Miluise. Hast du viel Wege gehabt? Schweine gehabt. Ja, ja. Ja, aber noch... Ein Haufen Lazaretten. Und ich sag dir jetzt noch etwas. Ja. Das Waldlige Lazaretten. Wo rote Gritz... Wir haben es heute rote Gritzhüren gesehen. Verstehst? Das ist das Läusigste gewesen. Wir sind mit einem bluten Arsch ins Gesicht geguckt. Als Verwundeten. Und da sind wir in Österreich gekommen. Zu... Zu katholischen Schwestern. Ja. Ja. Kranke Schwestern, ja. Zu... Zu schützen. Ja. Ja. So kannst du jetzt auch, oder? Und nachher habe ich dir zum Auschwitz abkommandiert. Hä? Nachher zum Auschwitz abkommandiert. Was ist das? Eine Tochter. Nein? Eine Enkeltochter. Ja. 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 Und wie lange bist du im Auschwitz gewesen? Hä? Wie lange warst du im Auschwitz? Ja. Was weiß ich nicht einmal mehr. Ein paar Wochen. Nur? Nur ein paar Wochen? Ja. Ah, ich habe gedacht. Ich weiß nicht. Ja. 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 Ja.